Wir müssen zuerst die Schranke öffnen. Also. Es scheint zu funktionieren. Ich weiß, es gibt noch mehr. Was? Also ich habe noch eine Popo. Was steuere ich hier gerade? Ich habe gerade noch eine Popo gefunden. Da ist sie. Die kommen näher. Ja, guck dir das mal an. Was soll ich denn jetzt hier mit dem Flugzeug machen? Grüß mich. Ah, ich habe noch eine Popo. Okay, da kann ich nicht rüber. Dachte 70 oder so. Ja, for real. Hast du noch eine Popo? Ja, zwei Popen habe ich jetzt geholt. Reicht das? Hä? Ja, eine brauchen wir noch, oder? Äh. Nee, ich glaube nicht. Alle drei Plätze sind ja besitzt. Ach so, vielleicht stehen die einfach bloß falsch. Wir brauchen den richtigen dafür. Ich glaube, die stehen falsch. Kann das sein? Nee. Ich kann meinen hier nicht abstellen. Kannst du nicht? Nee. Nimm mal den hier hoch. Kann ich den hier hinstellen? Nee, den kann ich nicht bewegen. Dann ist es ja wohl richtig da. Dann ist es ja wohl richtig da. Hm. Warte mal, wir müssen Strom irgendwie ankriegen. Hier. Hier, hier ist noch einer. Da gehört noch einer rein. Ja, okay. Als nicht ein Müllse... Äh, was? Ich meinte, ihr seid erst bei vier... Ja, ja, genau. Das meinte ich ja. Ah, nee. Zettel, ich habe eine Popo. Ja? Ja. Wenn ich... Das ist keine Popo. Nein, nein, ihr da oben. Ach, da... Oh, 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 oh. Das ist halt die Frage, aber wie kriegen wir jetzt das auf? Äh, wahrscheinlich hier. Warte. Warte. Ah, nee. Soll. Oder nicht. Ah, ja, ja. Man. Für die Puppe. Kommt die aber hin? Also die muss hier rein anscheinend dann. Ja, ja, aber ist halt die Frage, wie kriegen wir das auf? Das ist ja eigentlich ein Knopf, aber der funktioniert irgendwie nicht. Äh, so funktionieren Schornsteine eigentlich nicht. Oh, ja. Schatz, ja. Hm. Insgesamt 14 Stunden Playtime am Ende. Okay. Hm. Das ist so länger als Erway Out hat sich die Stimme. Ja, da war ich auch oben. Du warst hier oben schon, ne? Ja, genau. Wie bist du da hoch? Ah, hier. Und dann hier hoch, oder? Ja, da oben war ich. Ja. Hm. Das hält aber die Frage, was bringt mir das hier, auf dem Flugzeug zu sein? Bringt halt irgendwie nichts. Also die Puppe haben wir, aber wie kriegen wir das hier auf? Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Das hat safe, irgendwas hier mit zu tun. Kriegen wir die Brücke hier irgendwie weg? Das ist ein... Ne, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich sehe sonst nichts anderes, außer die Teleskope und, äh... Ich nicht sagen, bis mich fragen. Du kannst ja mal sagen, ob es, ähm... Hier vorne mit dem Tor etwas auf sich hat. Das würde vielleicht schon reichen, um mein, äh, nachdenken jetzt erstmal zu verkleinern. Mit der Brücke hat es nichts zu tun, okay. Ah, naja. Zeitdreck, man kann eine andere Figur hinsetzen. Der hier passt. Jetzt, ich habe hier gerade einen anderen hingesetzt. Der passt. Wo, warte, wo macht der Typ Sinn? Der macht eigentlich am meisten, oder? Weiß ich nicht. Ne, setzt ihn doch nochmal dahin. Okay. Achso, ja klar, der, der muss ja die Hütte, äh, okay. Aha. Klasse! Jetzt muss nur noch jemand das zu sagen. Ich wollte schon sagen. Oh. Das sieht mir aber nicht aus, wie der Weg zum Schloss. Ich sagte doch, vertrau mir. Ja, sie haben's. Jo. Das ist aber ein Dinosaurier? Ja, wir sind im Dinoland. Wow. Ein Land, wo unsere Zeitung ist. Es ist. Ja, ja. Und es bringt uns direkt zum Schloss. Das sieht wirklich aus, wie das Finale, Alter. Ja, das ist wirklich so. Der Weg. Ein schlafender Dinosaurier? Was wurde aus, fährt uns direkt zum Schloss? Schneller, schneller, schneller. Ich hab den Dinosaurier da nicht hingelegt. Ist jetzt auch egal. Lass uns einfach versuchen, die Schienen wieder frei zu machen. Wie denn? Vielleicht kann er uns helfen. Ja, oder uns fressen. Er. Sollen wir dann nach dem Rätsel erstmal für heute Schluss machen? Ich weiß, du musst sowieso auch pennen, aber du hast ja einen ganz anderen Rhythmus. Naja, würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich hab ja, ich bin ja so ziemlich wach, aber... Ich will mir das mal anschauen. Du fährst die ganze Zeit hin und her, ich seh nichts. Ach so, okay, ich glaub ich versteh's, oder? Kannst du irgendwie in mein Modo reinkommen? Ja, ja, ich weiß, aber... Ähm, wenn man das streamt, dann vor allen Dingen als deutscher Streamer macht es Sinn, das Spiel auf Deutsch zu machen und Silber kann kein Englisch. Oder... Wunderbar, was er gesagt hat. Lol. Hä? Ich hab... Ähm... Ich kann in die Knoten reinbeißen. Ja. Ich muss dich mit dem Ding auf jeden Fall... Komm damit sicherlich... Irgendwie muss ich auf den Schwanz drauf kommen. Genau, ich muss dich irgendwie transportieren. Warte, bleib doch mal... Ich... Hihihih... Dann sag doch was. Okay. Ne... Hehihih... So, okay. Weiß mal in den Knochen. Den hier? Ja. Hä? Okay, dann ist der wohl anscheinend... Vielleicht brauchst du die... Hehihih... Lass mich doch mal drauf! Geil. So. Ah ne... Gibt's einen Knochen, der niedriger ist für dich? Vielleicht der hier? Nee, da kann ich hier rüberbeißen. Den vor dir? Irgendwo? Ja, da hat er doch gerade... Stopp, stopp, stopp gemacht. Nee, da kommst du dich hoch. Ja, nee... Also... Ich kann da gar nicht auf den... Äh... Nein, noch nicht. Noch kein Tipp. Warte, beiß noch mal da rein, ja. Weiß noch mal da rein? Ach so, lol. Hier, guck mal. Ah, du kannst es rauf und runter machen. Aha. Ja. Okay, da ist das cool. Junge. Junge. Ach, du scheiße. Jetzt kannst du hier wieder runter machen, oder? Nee, da hab ich kein Zug auf drauf. Warte. Hier, kannst du jetzt bei mir was machen? Du musst mir erstmal helfen. Ja, jetzt kann ich. Also hier kann ich was machen. Ja, mach den mal runter. Oder hoch. Na, schön. Ich wollte es dir gerade fallen lassen, aber ich lass es lieber. Okay. Dann denk ich mal, musst du den jetzt auch erstmal nehmen, wieder? Kann ich noch nicht. Ach so, kannst du noch nicht. Nee. Jetzt. Und den jetzt rüberschiebst du mir. Danke, Ideen, ey. Ähm. Geht. Ja, ich komm da nicht rüber. Kannst du da dich draufhämmern auf das Ding jetzt? Also ich lass dich mal los. Hämmer mal drauf. Hämmer drauf. Geht das nicht? Ich komm hier nicht rüber. Aber kannst du nicht auf deine Plattform draufhämmern, wo du stehst? Mach ich doch hier, guck. Aber nein, kann ich nicht. Warte mal, ich bring dich erstmal wieder rüber. Geh mal rüber. Ja. Kannst du, beeinflussen, kannst du jetzt? Ja, okay, jetzt. Okay. Äh. Jetzt kann ich den hoch und runter machen. Ja, mach den mal hoch. Ja. Oder ganz runter, ganz runter. Dann, wie weit runter kannst du das machen? Nee, nee, geht dann lieber hoch. Jetzt, jetzt klappt er. Ja, dann mach mal hoch, ja. Jetzt klappt er. Geh mal los. Nee, klappt das den noch erstmal oben. So. Genau. Perfekt. Ah. Ja, nice. Haben wir. Warum machst du das? Das Ding stand richtig. Los. Was soll ich machen? Wohin? Hier drauf. So. Guck mal, eine Rakete. Wo soll ich eine Rakete gucken? Geh die. Achso, du bist jetzt erstmal raus. Äh, Patrick. Alles klar. Dann wünsche ich dir ein gutes Nichtle. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und dass du beschaulich hast und aktiv am Schiff teilgenommen hast. Kannst du hier nichts machen? Warte, warte. Ich teste, ich teste gerade. Oder? Hier unten. Hey Mann, nee, ne? Nee. So, jetzt. Hier unter mir. Fahr mich mal unter. Fahr mich mal nach unten hier. Aber das bringt dir nichts. Jetzt habe ich kein Knochen mehr. Das bringt nichts. Achso. Ja, dann hol dir den Knochen aber eben. Du kannst ja jetzt hier loslassen. Ja, aber was habe ich davon? So. Ja, okay. Wegen dem da bringt es was. Ja, wegen dem hier. Jetzt kannst du die alle rüberschieben. Bitch. Schieb die mal nach rechts. Rechts, rechts, toll. Vielleicht werden die dann da drüben nicht mehr beeinflusst. Ich habe dir zu danken, dass du den Aufwand treibst und uns zum Vergnügen stellst, wie du verzweifelst. Den hier auch rüber oder links? Ja, ja. Auch rüber. Sonst hätte er ja auch wieder geblieben. Weiter kann ich nicht. Ganz rüber, ganz rüber. Kann ich nicht. Achso. Jetzt hat er sich aber wieder gedreht, oder? Ja. Ja, okay. Nee, dann warte. Ah nee, der hintere dreht sich auch. Okay. Ja. Nee, dann. Ich denke mal, das passt schon. Dann drehen wir den hier unten mal um. So, noch einen weiter. Ah nee. Ja doch, Jotz. Habe ich gar keinen Zug auf die Knochen. Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt aber. Ja, ja, aber ich kann nicht mehr hochfahren jetzt. Ja, genau. So, okay. Sag doch, Robin, er soll den bei dir festhalten. Wenn ich den so drehe und du den festgehalten. Halt den mal fest, ja. Achso, ja, okay. Das war doof. Ja. Jetzt hast du da. Ja doch, das müsste gehen. Das müsste so gehen. Nein, geht nicht. Test. Geht nicht. Lass mal testen. Lass mal testen. Ich habe doch kein Knochen. Du hast doch einen im Mund. Nee, ich rede von den oberen, den ersten. Da ist kein Knochen. Ja, fahr mich mal hoch. Ja, toll. Achso, das meinst du? Ja. Du kannst mich da nicht mehr rüberfahren. Ja. Ah, ja, okay. Dann muss ich doch nochmal runter. Perfekt. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt kriege ich dich auf die eine drauf, aber wie soll ich den anderen Knochen bewegen? Warte mal, halt den nochmal fest. Jetzt lass den los. Jetzt halt den oben fest. Den hier? Ja. Ah, ja, okay, verstehe. Ganz klar. Ah! Ja, fast. Sehr schön. Easy. Warte. Einmal Fyffat in den Chat, bitte. Mensch, jetzt macht die Kopf hoch. Danke. Endet. Absolutely, man. Absolutely. Das Creature ist so süß. Lol. Yo. Alles in Ordnung? Ja. Das habe ich absolut kommen sehen. Äh, ja. Kurz. Warte mal ein bisschen. Nee. Nee. Warte mal. Warte mal nach ganz unten. Ja. Kannst du? Ja. Okay. Warte mal hoch. Auf meine Höhe. Auf meine Höhe. Guck doch mal auf dem anderen Bildschirm. Das ist doch deine Höhe. Nein. Flach. Bündig. Ach so, bündig. Sag das doch. Ich kann doch mal hoch. Ich kann da nicht drauf kommen. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Mach den nochmal hoch. Hier, guck mal. Ich mach doch Double Jump. Warte nochmal ganz hoch. Guck mal. Double Jump. Aha. Wieso geht es jetzt auf einmal? Aha. Warte, bleib da. Ja, okay. Nee, das. Warte, den hier unten dann. Achso, dann muss ich den hier unten als erstes holen. Okay, verstehe. So, dann kannst du hier nämlich drauf springen. Ah nee, warte, der fährt zurück. Hä? Hä? Wie soll ich denn das machen? Du springst höher, wenn du nicht an der Wand klebst. Fährt der automatisch da zurück, oder was? Ja, tut er. Kannst du über die Stacheln rüber springen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Niemals. Na ja, man weiß ja nie. Ähm, nee, fahr den hier mal hoch. Ich kann da an der Wand kleben bleiben. Achso, okay, das erklärt's. Ich bin schon wieder nicht hoch jetzt. Und los. Okay. So, wo musst du jetzt hin? Achso, hier wahrscheinlich hinten. Achso, ja. Okay, ja. Okay. Unter? Achso, ja. Oh. Du musst, du musst rüber springen, glaub ich, irgendwie. Krieg ich niemals hin, das krieg ich niemals hin. Kannst du danach nicht irgendwas schon mal machen? Guck mal eben. Ja, das hier. Ja, das hier. Erinnert ein bisschen an Minecraft. Das hier aber, das Ding geht halt wieder runter. Achso. Schaffst du es hier da drauf zu springen? Nein. Das hab ich ja gerade gemeint. Echt? Oder dazwischen? Komm noch mal hier rüber. Versuch ihn doch. Lass ihn mal unten. Lass ihn mal unten. Ich versuch jetzt ganz knapp. Nein. Lass den doch mal unten. Jetzt. Ja, nee. Great. Hey, wieso springt der nach links, wenn ich nach rechts drücke? Lass, 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 lass. Ich versuch doch hier noch mal nach oben festzuhalten. Lass den doch mal jetzt unten. Unten. Der ist nicht ganz unten, oder? Junge. Ja, wollte ich doch sagen. Junge. Der will sich da nicht festhalten. Du musst doch rüber hucken. Da gibt's keinen anderen Weg. Ja, scheiß doch mal hoch. Also. Double Jump. Ah. Ah. Okay. Mach doch am Anfang Double Jump, hä? Der sieht creepy aus. Tut mir leid, Mr. Dino. Bitte nicht persönlich nehmen. In the Takes Two stoßen sich voneinander die Wand ab. S, du kannst mit dem Ding. Ja, okay, okay. Gut gemeint, Herr Rat. Loser King, ja, sehe ich auch so. Wer braucht schon Du-Stream, wenn man Tabs hat. Ja, stimmt schon. Also. Ab damit jetzt. Warum rieche ich Rauch? Rauch? Ich rieche nichts. Deine Nase war schon immer empfindlich. Ach ja? Und warum sehe ich da vorn Feuer? Oh oh. Und Speed. Oh. Oh nein. Go. Oh. Ah. 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 Haben wir die Stage hochgeschaut? Ah. 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 Ist ja irre. Cool. Ich komm mir vor wie ein Hamster. Ja, aber siehs mal von der Seite. All die Sachen, die ich für Rosie gekauft habe, spielen uns jetzt in die Karten. Ja. Du meinst sowas wie das da? Ja. Das ist doch nur ein Kuscheltier. Na klar. Oh nein. Oh mein Bosschen. Oh nein. Nicht das schon wieder. Ich glaub wir müssen das Tor aufschießen. Immer geradeaus, May. Wir müssen beide geradeaus steuern. Ja. Diese Feuerkraft ist nach meinem Geschmack. Was soll hier denn? Da kommt eine Kanonenkugel auf uns zu. Sie haben auch Kanonen. Noch eine Kanonenkugel. Weiche aus. Aus dem Weg. Ja, haben wir. Wie? Benutzt sie, du die Kanonen? Wie bedienen sie diese Dinge überhaupt? Achso, ich kann auch eine benutzen. Sieh ich jetzt erst. Ja. Ja. Die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht. Ja, ja. Ich hab dich schraub. Oh. Geil. Das war geil, ja. Ohne, soß. Fuck. Jetzt machen wir einen auf Assassin's Creed Black Flag, oder was? Scheint so, ne? Oh. Links, links, links. Oh, warte. Oh, ist das Essen gerade, ey. Ja, und weiter geht's. Das Steuern ist aber richtig beschissen mit einem Stick. Alter, ey. Warum nach links? Keine Ahnung, warum der Dörner lenkt. Warum der Dörner lenkt. Keine Ahnung. Das Steuern ist, das Steuern ist richtig beschissen. Ey, warum geht der schon wieder nach rechts? Was auch, wo wir hinfahren? Das hab ich nicht gedrückt. Ja, weil du wahrscheinlich, du links, wahrscheinlich rechts. Nein. Füße drücken, plus Rommeln, 100% Chemie. Schiffe von aus. Hey, Leute, das muss doch alles nicht sein. Wir kommen in Frieden. Ihre Kanonen gefallen mir gar nicht. Mir auch nicht. Angriff. Obwohl, scheiß auf den. Na, egal. Warte, 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 warte. Komm mal auf. Oh. Oh. Ah, da kommt wieder einer rum. Dürfen nicht hier bleiben. Ja. Ich wurde nicht begraben. Meeresfrüchte. Wow. Ja, der trifft, der trifft. Ja. Gute Zusammenarbeit. Ja, das war richtig gut. Jetzt sieht unser Schiff doch schon viel besser aus. Bringt das was, das Dynamit mitzunehmen? Na ja, oder? Da gibt doch Gas. Da haben wir jetzt Dynamit. Das lege ich hier. Ich dachte... Rüsteln ist komplett nach vorne. Tue ich. Jetzt passiert das nicht mal richtig was, Alter. Wow. Von der Entwicklung habe ich die Hitze gespürt. Du musst mehr machen als ich. Nein. Du musst... Jetzt musst du laufen. Jetzt musst du laufen. Hey, ihr Kleinen. Du musst zurücklaufen. Bitte. Sorry. Wow. Ja. Jetzt lauf ich. Ich seh, der wichst sogar in die Kanufahrt, ey. Ja. Du musst zurücklaufen. So, jetzt vorwärts. Vorwärts, vorwärts. Ja. Wow. Ja. What? Vielleicht werft er sich ja nur auf. Ja, du musst laufen. Ich hab mit euch Spielsachen. Vorsicht. Ja, Alter. Ey, so schnell können wir uns doch gar nicht bewegen, Alter. Bei mir kommt der Übel. Weißt du, wie jemanden lenkt? Bei einem... Ja. Das habe ich schon mitgekriegt. Wenn er das mal machen würde, was ich will, dann wär's was anderes. Oh, jetzt. Du, du machst es. Ja, ich lauf zurück. Wir müssen bei uns, genau. Ja, bin noch dabei. Links lang. Hier kommt der da nicht. Keine Ahnung. Jetzt musst du zurücklaufen. Rückwärts. Rückwärts. Perfekt. Passt du. Ja, vorwärts. Toll. Ja. Toll wie... Als ob, Alter. Okay. Alter, mach keinen Stress hier. Mein Gott. Bitch. Hammer. Sehr schön. Oh, nein, lass uns los. Wieso musstest du auf diesen widerlichen Oktopus kommen? Er ist in Wirklichkeit nicht widerlich, sondern super süß und knuddelig. Hey, Mr. Oktopus. Hör am besten nicht hin. Du bist super süß. Und du hast so wunderschöne Arme. Hebst du Gewichte? Bitte lass uns gehen. Läuft. Siehst du, so wird gebauchpinselt. Dreh nicht so einen Quatsch, Cody. Und fang an zu schießen. Ist ja gut. Wir sind gefangen. Es ist ein Strudel. Schieß uns den Weg frei. Ich dreh, ich lauf rückwärts, ich lauf rückwärts. Du musst vorwärts. Vorwärts. Fuck. Du weißt echt, wie das funktioniert, oder? Naja. So, danke. Ja, mit diesen Kacken... Rüber, 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 rüber. Ja, ja, bin dabei, bin dabei. Oh, warte, 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 warte. Kriegen wir noch? Kriegen wir? Ja, geil. Ja. Du musst ruhig rückwärts, ja. Mach doch schon. Schloss nicht. Rückwärts, 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 rückwärts. Die Stolpen sind immer so heulig, Alter. Horvitz, 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 horvitz. Horvitz, horvitz, horvitz. Sehr schön. Jetzt krieg ich leider noch aufkästen. Sehr gut. Ja. Das sind keine freundlichen Enden. Halt sie am Abstand! Rückwärts, 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 rückwärts. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Rückwärts. Schein, will der jetzt die ganze Zeit zurückkreis. Okay. Sehr schön. So. Vorwärts, horvitz, horvitz, horvitz. Ja, da ging's nicht. Ja, das war schon. Vorwärts. Oh, feiliger Strohser. Geht's dir gut, mein Kopf dreht sich. Aber er ist noch da. Oh Gott. Oh, wer ist der denn? Ich weiß auch, wo wir hinfahren. Wir sind die Kapitäne dieser Meere. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, der Tag, vielleicht. Ja, hat sich genug. Vorsichtig, versenk unser Boot nicht. Den, den muss man rechnen. Ja, jetzt. Jetzt den rechten. Ja, ja, bin dabei. Ah, shit. Nummer 2. Naja, shit. Ja, okay. Was macht der hier jetzt eigentlich? Oh, nein. 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 Jetzt wird mir auch noch schlecht. Auf die Großen. Übergebe dich jetzt bloß nicht. Oh, nein, nein, nein. Ich stehe und schieße weiter. Komm, stehe. Aber. Okay. Die kriegen wir. Den Tentake-Typen. Ja. Rück nach vorne. Oh Gott. Nein, nein, nein. Der trifft uns. Der trifft uns. Der trifft uns. Nein. Oh. Komm auf die Großen. Oh, nein. Der trifft uns. Jetzt kommen wieder die Drei. Ich glaube, er wird müde. Ja, die kriegen wir. Ja, die kriegen wir erst gut. Das ist eklig, ey. Second try. Let's go. Ein Drei macht richtig Bock. Okay. Das ist mehr als zwei Arme, okay? Wie ich schon sagte, in der richtigen Welt war er süß und hat nicht versucht, mich zu töten. Okay, dann, let's go. Aber der Bosskampf hat mir irgendwie gefallen. Ich liebe es halt so abstrakt zu denken. Ja, den fahr ich bisher am günstesten. Ich liebe auch hier Ruderboot fahren. Ich liebe das einfach, weil ich hier auch dann, je nach Film, in welcher Richtung ich muss. Ich bin's mehr auf, rechts weniger und so. Du hattest richtig Angst. Dir hat es auch nicht gefallen. Ja. Ist das schlimmste erste Date aller Zeit. Aber wir haben überlebt. Und ich hoffe, dass wir das hier auch überleben. Wir müssen mal mit jemandem zusammen auch nochmal spielen. Ja, mach das. Das Game lohnt sich auf jeden Fall. Oh, was soll das denn? Die Brücke dürfte gar nicht oben sein. Kein Wunder, sie hängt an einem Ballon. Hey, das ist ja Roses Ballon. Oh, ja. Mir macht der blöde Ballon irgendwie Angst. Wieso hast du den überhaupt gekauft? Jetzt kommen wir nicht zu dem Elefanten. Die Brücke muss sich doch wieder absenken lassen. Na, ihr zwei? Hey. Wir lassen die Brücke nur für Besucher des Schlosses runter. Oh, gut. Wir sind nämlich Schlossbesucher. Seid ihr etwa wegen der Königin hier? Äh, nein. Nein, nein. Wir wollen den Elefanten sehen. Äh, welchen Elefanten? Na, Rosies beste Freundin, Fanti. Der Elefant auf dem Bild. Oh. Aber das ist die Königin. Hä? Oh, ja. Ich erinnere mich. Ja. Rosie hat dem Elefanten eine Krone aufgesetzt. Also eine Königskrone. Und so wurde der Elefant zur Königin? Ja, ja. Es ist wohl ihr Lieblingsspielzeug. Na, wunderbar. Jetzt killen wir eine Königin. Nicht so. Verzeihung, wen bitte, Kill? Nein. Nein, 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 nein. Sie sagte chillen. Ja, chillen mit einer Königin. Wir freuen uns da schon eine Weile drauf, mit ihr zu chillen, richtig? Ich verstehe. Nun, alle Besucher müssen sich aber erst als würdig erweisen für eine Audienz bei der Königin. Nehmt euch einen von diesen Bärchen. Ja, okay. Da hört man schon, dass das Ende noch lang nicht ist. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr auch Zutritt zu dem Schloss. Sehr gut. Danke. Ja. Lassen wir den blöden Ballon platzen. Okay. Okay. Aber ich würde, glaube ich, sagen, für heute. Ja, wir sind knapp sechseinhalb Stunden dabei. Ja, sechseinhalb Stunden auf die Minute aber genau. Und das Geile ist, dadurch, dass wir jetzt genau sechseinhalb Stunden gespielt haben, können wir im nächsten Stream auch nochmal sechseinhalb machen und haben dann das Finale. Ja. Ist das nicht geil? Sehr schön, ja. Es muss nur beim nächsten Mal auch genauso lange klappen, aber ich denke mal, also wenn ich abends kann, dann sollte das sowieso kein Ding sein.